Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei BILDNER TV. Von YouTube kennt ihr vielleicht den Mini-Player, wo unten rechts das Video einfach weiterläuft und ihr sucht auf YouTube nach den nächsten spannenden Videos. Das Ganze geht noch eine Spur viel besser. Das heißt, ihr könnt den Player dorthin schieben, wo ihr wollt. Er ist immer im Vordergrund, auch wenn ihr auf anderen Internetseiten unterwegs seid. Und vor allem das Ganze geht mit Videos und mit Internetseiten auch außerhalb von YouTube. All das jetzt hier bei mir in diesem Video. Praktische Tipps zum digitalen Leben gibt es hier bei uns bei BILDNER TV. Ich bin der Thomas. Schön, dass ihr da seid. Und wir schauen gleich mal auf unseren Channel auf YouTube. Da kennt ihr ja den Mini-Player. Hier sehen wir unten die Kollegin, die Simone. Die erklärt fleißig, haben wir abgelegt den Mini-Player. Und nebenbei können wir nach dem nächsten spannenden Video bei uns auf dem YouTube-Channel suchen. Das Ganze geht aber noch viel, viel besser. Und zwar mit einer Erweiterung bei euch im Google Chrome Browser. Und das geht spielend einfach. Was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, dass wir den Mini-Player hinschieben wollen, in jede beliebige Ecke bei uns auf dem Laptop, auf dem Screen. Und vor allem, wir wollen auch diesen Mini-Player weiterhin sehen, auch wenn wir vielleicht auf einer anderen Seite unterwegs sind. Und das geht wirklich sehr, sehr easy. Was müssen wir machen? Wir müssen uns eine Erweiterung für den Browser herunterladen. Und die Erweiterung, die finden wir im Chrome Web Store. Ihr geht einfach auf chromewebstore.google.com. Hier seht ihr die Internetadresse. Und wir geben hier bei den Erweiterungen ein Picture in Picture. Und hier reicht es schon, wenn ihr einfach Picture eingibt. Und dann seht ihr hier die Erweiterung, die ich euch empfehlen würde. Picture in Picture Extension bei Google. Die wählen wir aus. Und diese Erweiterung wollen wir jetzt hinzufügen. Das ist so ein kleines Software extra im Chrome Browser, das quasi hier im Programm dann installiert wird und das automatisch dann immer wieder funktioniert, also jedes Mal mitgeladen wird. So, also wir gehen hier auf hinzufügen. Hier nochmal Bestätigung, Erweiterung hinzufügen. Und wir sehen schon, ist hinzugefügt worden. Und hier oben dieses kleines Puzzle-Teil, das ist eben das Zeichen für Erweiterungen. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich dann schon, hier ist sie mit dabei. Picture in Picture Extension bei Google. Also so ist es genau richtig. Das heißt, jetzt sollte das Ganze dann schon ziemlich gut funktionieren. Wollen wir gleich ausprobieren. Vorher aber noch kurzer Blick bei uns auf die Homepage. Und zwar auf bildnerverlag.de. Auch was immer gut funktioniert, was euch das Leben auch leichter macht, das sind natürlich Tastenkombinationen. Schnelle Tasten und Tastenkombis. Und zwar für Windows 11. Dazu haben wir für euch alles zusammengefasst auf einem super praktischen Faltblatt, das ihr einfach neben den Laptop zum Beispiel ablegen könnt. Immer wieder die besten Tastenkombinationen euch da rausholen könnt und sehr, sehr schnell und deutlich effektiver arbeiten könnt. Alles um Windows 11 findet ihr bei uns eben auf bildnerverlag.de. Und direkt bei uns im Shop auch noch bestellen. Damit könnt ihr unsere Arbeit auch hier bei uns bei Bildner TV unterstützen. Übrigens hier unter dieses Video Kommentar schreiben, dann seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Jede Woche habt ihr die Chance, ein Buch aus unserem Verlagsprogramm zu gewinnen. So, von den Büchern weg, zurück zu unserem Mini-Player, zurück zu den Videos. Wir haben die Erweiterung jetzt installiert. Die sollte jetzt auch sofort funktionieren, ohne dass wir den Browser zum Beispiel neu starten. Wir probieren das Ganze aus. Ich bin jetzt mal absichtlich nicht auf YouTube unterwegs, sondern habe mir hier die Seite von Arte, also von dem Fernsehsender, aufgemacht. Ich habe hier ein Video, das ich mir gerne anschauen möchte und das sollte jetzt dann bitte auch im Mini-Player funktionieren. Also, ich gehe auf eine x-beliebige Seite mit einem Video, das dort integriert ist und gehe hier mal auf Play. So, das startet jetzt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier oben dieses Media-Fenster auszuwählen und kann jetzt hier den Bild-im-Bild-Modus aktivieren. So, wir sehen, hier ist der Mini-Player und diesen Mini-Player, den kann ich jetzt wirklich nehmen und an die Stelle ablegen, wo ich ihn gerne haben möchte und kann vor allem nebenbei noch weiterarbeiten. Und das ist der große Unterschied zu den Mini-Playern bei YouTube. Ich bin hier völlig flexibel. Das heißt, ich kann mir das Bild eben an die Stelle hinziehen, die mir genehm ist. Ich kann sich hier sogar ein bisschen das Bild auch noch vergrößern, kann das anpassen und ich kann ja ganz normal weiterarbeiten, kann mir andere Internetseiten ansehen oder ich mache sogar ein Dokument auf, arbeite da nebenbei ein bisschen mit drin und habe so immer mein Lieblingsvideo mit im Blick. Also eine ziemlich coole, einfache Sache. Eine ganz simple Erweiterung für euren Google Chrome Browser und ihr bekommt das mit Sicherheit locker hin. Damit ihr nicht nur eure Videos im Griff habt, sondern auch eure Passwörter unter Google Chrome, empfehle ich euch, euch mal zu informieren über den aktuellen neuen Passwortmanager. Ein Video dazu habe ich euch auch gemacht. Den Link dazu findet ihr hier. Also einfach nur drauf tippen und gleich weiterschauen. Und wir sehen uns gleich wieder hier bei uns bei Bildern TV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.